Matthias Reim ist aus der deutschen Schlagerlandschaft nicht mehr wegzudenken. Doch jetzt verkündet er sein Aus. Matthias Reim, 66, macht Schluss. Mit der Musik. Der 66-Jährige ist seit Jahrzehnten erfolgreicher Musiker und ist aus der deutschen Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Doch damit soll jetzt offenbar Schluss sein. Matthias Reim möchte kürzer treten. Sänger Matthias Reim will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Ich erlebe noch einmal massiv Familienglück, Vaterglück und habe meine Einstellung verändert. Klammer Punkt 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 Klammer. Ich bin oft zu Hause, unternehme viel mit meiner kleinen Tochter und liebe es, in ihrer Gegenwart zu sein, sagt er gegenüber der deutschen Presseagentur. Erst vor zwei Jahren wurde er Vater seiner jüngsten Tochter Zoe, jetzt möchte er sich Zeit für seine Familie nehmen und ab jetzt nur noch die Hälfte machen. Trotzdem soll es sich lediglich um eine Auszeit und kein endgültiges aushandeln. Die nächste Zeit wird Matthias sich nur auf seine Familie konzentrieren, um danach gestärkt und voller Energie wieder zurückzukommen. Essen gehen, am Abend im Garten grillen, am Pool abhängen oder mit dem Boot die Gegend erkunden. Ich will das alles erleben. Danach kann es von mir aus wieder heftig weitergehen, sagt er gegenüber DPA. Ich will das alles erleben, am Pool abhängen oder mit dem Boot zu sein.